Die drei Bären Es waren einmal drei Bären. Sie lebten in einem Haus im Wald. Maxi-Bär war sehr groß. Midi-Bär war mittelgroß und Mini-Bär war sehr klein. Maxi-Bär hatte eine große Schüssel und einen großen Stuhl. Midi-Bär hatte eine mittelgroße Schüssel und einen mittelgroßen Stuhl. Mini-Bär hatte eine kleine Schüssel und einen kleinen Stuhl.